Auf der Weihnachtsfeier geschah etwas Unvorhergesehenes. Eine junge Besucherin verschwand plötzlich. Zahlreiche Freiwillige, örtliche Ordnungshüter und sogar Bundesbeamte suchten nach ihr. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Es konnten keine Spuren der jungen Frau gefunden werden. Die Ermittler mussten mühsam kleinste Hinweise zusammentragen und standen vor einem der verwirrendsten Fälle ihrer Laufbahn. Schließlich kamen sie der Lösung näher, aber das Ergebnis war ganz anders, als sie erwartet hatten. Melissa Brennan erblickte am 12. April 1984 in Texas das Licht der Welt. Einige Jahre später trennten sich ihre Eltern und ihre Mutter beschloss, mit der Tochter in die Kleinstadt Lorten im Bundesstaat Virginia zu ziehen. Es war ein ruhiger und gemütlicher Ort, der besonders für Familien attraktiv war. Melissas Mutter Tammy fand eine Anstellung als Buchhalterin in einer örtlichen Firma und mietete eine Wohnung in einem Wohnkomplex am Stadtrand. Der Komplex bestand aus vielen kleinen Mehrfamilienhäusern und war dafür bekannt, dass die Verwaltung häufig verschiedene Veranstaltungen für die Bewohner und deren Sprösslinge organisierte. Solche Treffen fanden jeden Freitag sowie an Feiertagen statt. Dadurch kannten sich viele Nachbarn gut, knüpften neue Bekanntschaften und pflegten freundschaftliche Beziehungen. Melissa gefiel die Atmosphäre dieses Ortes sehr gut. Als die Familie umzog, verbrachte die junge Milizia die meiste Zeit im Hof und spielte mit den Nachbarskindern. Sie nahm gerne an den Veranstaltungen der Wohnanlage teil, wo es immer viel Spaß und Leckereien gab. Am 3. Dezember veranstaltete die Verwaltung der Anlage eine Weihnachtsfeier. Sie fand in einem separaten Gebäude mit mehreren Sälen statt. Etwa 200 Bewohner versammelten sich zum Festmahl, aufgeteilt in Gruppen, während ihre Kleinen in der Nähe herumtollten. Gegen 10 Uhr abends beschloss Tammy, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Sie bat Milizia, ihre Jacken zu holen, während sie sich selbst von Bekannten verabschiedete. Das Mädchen fragte ihre Mutter um Erlaubnis, ein paar Chips mit nach Hause zu nehmen, und diese stimmte zu. Nach ein paar Minuten, nachdem sie sich von den Nachbarn verabschiedet hatte, bemerkte Tammy die Abwesenheit ihrer Tochter. Sie durchsuchte alle Säle, schaute in den Flur, aber Milizia war nirgends zu sehen. Die Mutter begann, die Anwesenden zu fragen, ob sie das Mädchen gesehen hätten. Mit jeder Minute wuchs die Besorgnis, und bald verbreitete sich die Nachricht vom Verschwinden unter den Nachbarn. Sie halfen Tammy bei der Suche, durchsuchten das Gebäude und die Straße, aber Milizia war nirgends zu sehen. Schließlich beschloss die Frau, die Ordnungshüter um Hilfe zu bitten. Bald trafen Beamte ein und schlossen sich sofort der Suche an, wobei sie das gesamte Gelände der Anlage gründlich untersuchten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Nachricht vom Verschwinden unter den Nachbarn verbreitet, und bereits mehr als 300 Menschen hatten sich freiwillig gemeldet, um bei der Suche zu helfen. Anfänglich vermuteten die Ordnungshüter, dass die junge Milizia das Gebäude verlassen haben und sich verirrt haben könnte, aber im Laufe der weiteren Suche verlor diese Theorie an Glaubwürdigkeit. Es war kühl und dunkel draußen, daher war es unwahrscheinlich, dass sie weit gegangen war. Außerdem kannte sich Milizia recht gut auf dem Gelände des Komplexes aus, und die Polizisten zweifelten daran, dass sie in eine unbekannte Richtung gegangen sein könnte. Die Situation wurde dadurch erschwert, dass direkt hinter dem Komplex ein ausgedehntes Waldgebiet begann. Die Untersuchung des Raumes, in dem die Feierlichkeit stattgefunden hatte, ergab fast nichts. Die Jacke der jungen Frau war nicht an ihrem Platz, aber es fanden sich keine weiteren Hinweise, die ihr Verschwinden erklärten. Das Einzige, was die Aufmerksamkeit der Polizisten erregte, war ein offenes Fenster im Heizungsraum. Sie zogen in Betracht, dass Milizia dadurch hätte entkommen können, aber diese Theorie schien unwahrscheinlich. Nachdem sie Milizia nicht gefunden hatten, begannen sie, alle Teilnehmer der Veranstaltung zu befragen. Keiner der Nachbarn hatte gesehen, wie die junge Frau das Gebäude verließ oder wie jemand sie nach draußen führte. Auch Milizias Mutter hatte an diesem Abend nichts Ungewöhnliches bemerkt. Die Ordnungshüter erkundigten sich auch, ob es Unstimmigkeiten mit Nachbarn gegeben habe oder ob sie etwas Ungewöhnliches in deren Verhalten ihr oder der jungen Milizia gegenüber bemerkt habe. Die Frau versicherte jedoch, dass die Beziehungen zu allen Bewohnern gut waren und es während der gesamten Wohnzeit nicht einmal den Hauch eines Konflikts gegeben hatte. Die Ermittler überprüften sofort die Möglichkeit, dass Milizia von ihrem Vater mitgenommen worden sein könnte, da dies ein häufiges Szenario in solchen Fällen ist. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Mann sich in Texas befand und physisch nicht in einem anderen Bundesstaat sein konnte. Da es keine anderen Anhaltspunkte gab, beschloss die Polizei, den Suchradius zu erweitern. Ein Teil der Beamten machte sich auf, den Wald neben dem Wohnkomplex zu durchsuchen, während die anderen damit begannen, alle Gebäude zu überprüfen. Leider brachte dies keine Ergebnisse. Es wurden keine Spuren von Milizia gefunden. Danach entließen die Polizisten die Freiwilligen und beschlossen, jede Wohnung aufzusuchen. Insgesamt lebten etwa 400 Menschen in dem Komplex und in jener Nacht sprachen die Ermittler mit jedem von ihnen. Niemand wusste, wohin Milizia verschwunden sein könnte. Also wurden sie gebeten, sich an jegliche Merkwürdigkeiten oder verdächtige Momente auf dem Gelände des Komplexes zu erinnern, selbst wenn diese nicht mit dem Verschwinden in Verbindung zu stehen schienen. Und hier erwartete die Polizisten die erste interessante Spur. Einige Damen teilten mit, dass sich an jenem Abend ein Angestellter des Komplexes namens Caleb Hughes auffällig verhielt. Er versuchte mit ihnen zu flirten und machte unangemessene Witze, obwohl fast alle diese Frauen mit ihren Ehemännern gekommen waren. Der junge Mann erregte auch bei den Eltern Besorgnis, da er ihrer Meinung nach zu viel Zeit in der Nähe ihrer Sprösslinge verbrachte. Nachdem sie viele solcher Beschwerden gehört hatten, sprachen die Beamten erneut mit Tammy und fragten, ob ihr etwas Ungewöhnliches an Hughes Verhalten aufgefallen sei. Die Frau erinnerte sich, dass er während der Feier mehrmals auf sie zugekommen war und ein Gespräch über ihre Tochter begonnen hatte. Der Mann bot auch an, die junge Frau zur Toilette zu bringen, falls Tammy sich nicht vom Vergnügen losreißen wolle. All dies erschien den Ermittlern verdächtig und sie beschlossen, mit ihm zu sprechen. Hughes war jedoch nirgends zu finden, also fuhren die Polizisten zu ihm nach Hause. Der Mann lebte in der Nähe des Komplexes, aber als die Ordnungshüter klopften, war er nicht da. Seine Ehefrau öffnete ihnen und sagte, er sei an diesem Abend nicht zurückgekehrt. Die Polizisten fuhren weg und kamen einige Stunden später zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits zu Hause. Er gab an, gegen halb eins nachts angekommen zu sein. Die Ordnungshüter rechneten aus, dass Hughes den Komplex zweieinhalb Stunden vor seiner Rückkehr verlassen hatte, was seltsam war, da sein Heimweg nicht mehr als zehn Minuten dauern sollte. Hughes erklärte dies damit, dass er einen großen Umweg gemacht hatte, um Alkohol zu kaufen. Aber die Polizisten zweifelten an seinen Worten. Erstens erklärte die Fahrt zum Geschäft immer noch nicht die fast dreistündige Abwesenheit. Zweitens galt in ihrem Bundesstaat ein Verkaufsverbot für alkoholische Getränke nach Mitternacht. Zudem konnte Hughes keine Quittung vorzeigen. Dies erregte Verdacht und die Ordnungshüter baten ihn, die Kleidung auszuhändigen, die er bei der Arbeit getragen hatte. Und hier tauchten neue Merkwürdigkeiten auf. Hughes gab an, alles sofort nach seiner Rückkehr nach Hause gewaschen zu haben. Trotzdem überredete man ihn, die Sachen abzugeben. Zur Überraschung der Polizisten hatte er die Schuhe zusammen mit der Kleidung gewaschen. Aber das war noch nicht alles. Ein Teil der Sohlen war abgeschnitten worden und unter den Sachen fanden sich eine Scheide für ein großes Messer und ein Ledergürtel. Auf die Frage nach dem Messer antwortete Hughes, er wisse nicht, wo es sei. Die Ermittler hegten nun ernsthafte Verdachtsmomente bezüglich der Beteiligung des Mannes an Melisas Verschwinden. Sie brachten seine Sachen ins Labor, wo Experten die Schuhe mit einer speziellen Substanz behandelten. Dies offenbarte Spuren, die große Besorgnis auslösten. Allerdings konnte aufgrund der Wäsche keine Probe für eine Analyse entnommen werden. Tau. Die Ermittler kehrten zu Hughes zurück und brachten ihn auf die Wache. Während eines langen Gesprächs beharrte der Mann weiterhin auf seiner Version. Er behauptete auch, Melissa nicht zu kennen, nicht zu wissen, wie sie aussieht und was mit ihr geschehen sei. Die Polizisten wussten, dass Hughes die Unwahrheit sagte, da mehrere Zeugen, einschließlich Tammy, gesehen hatten, wie er an jenem Abend mit Melissa und anderen jungen Bewohnern gespielt hatte. Doch als die Ermittler sagten, wir wissen, dass du lügst, antwortete der Mann ruhig, beweist es. Obwohl die Ordnungshüter fast sicher waren, fehlten ihnen stichhaltige Beweise für eine Verhaftung. Daher mussten sie Hughes gehen lassen. Am nächsten Tag verstärkte man die Suchaktion in der Hoffnung, Melissa oder irgendwelche Hinweise zu finden. Am Morgen beschloss man, mit Hughes' Ehefrau unter vier Augen zu sprechen und sie teilte eine interessante Beobachtung mit. Es stellte sich heraus, dass ihre Ehe nicht einfach war und die Frau ihrem Mann nicht sehr vertraute. Bevor Hughes zur Weihnachtsfeier aufbrach, hatte sie heimlich den Kilometerstand seines Autos überprüft. Nach seiner Rückkehr tat sie dasselbe und bemerkte, dass der Zähler 19 Kilometer mehr anzeigte. Für die Ermittlungen war dies aus zwei Gründen wichtig. Erstens passte diese Entfernung offensichtlich nicht zu seiner Erzählung von einer zweistündigen Fahrt zum Geschäft. Zweitens konnte man nun ungefähr den Bereich eingrenzen, wohin Hughes theoretisch hätte fahren können. Die Ordnungshüter umrissen ein Suchgebiet mit einem Radius der verbliebenen Fahrtstrecke. Letztendlich ergab sich ein Gebiet von 40 Quadratkilometern. Um ein so großes Gebiet abzudecken, bat man das Militär um Hilfe, setzte Luftfahrzeuge ein und lud Taucher ein, um Gewässer zu überprüfen. Außerdem meldeten sich etwa 400 Freiwillige auf den Aufruf zur Hilfe. Die Polizei verteilte auch tausende Flugblätter mit Informationen über Melisas Verschwinden und bemühte sich, so viele Menschen wie möglich über den Vorfall zu informieren. Es ist wichtig zu erwähnen, dass nur fünf Monate vor Melisas Verschwinden in derselben Stadt eine weitere junge Person verschwunden war. Später fanden die Ermittler sie in einem besorgniserregenden Zustand, konnten den Täter jedoch nicht ausfindig machen. Während der groß angelegten Suche machte sich eine Gruppe von Experten daran, den Wohnkomplex zu untersuchen. Wie wir uns erinnern, war das Einzige, was die Ordnungshüter dort bemerkten, ein offenes Fenster im Heizungsraum. Die Fachleute untersuchten es und fanden etwas Interessantes. Unter dem Fenster auf der Straßenseite war eine kaum sichtbare Spur eines großen Schuhabdrucks zu sehen und ähnliche Abdrücke führten direkt zum Parkplatz. Dabei gab es dort keine Spuren von kleinen Füßen. Dies könnte darauf hindeuten, dass jemand Melisa auf den Armen weggetragen und dann in ein Fahrzeug gebracht hat. Zuvor hatten die Polizisten bereits Hugues Auto untersucht, konnten dort aber nichts Verdächtiges finden. Zur gleichen Zeit schaltete sich das FBI in die Ermittlungen ein. Sie konnten Hughes noch nicht festnehmen, daher stellten sie ihn unter ständige Beobachtung. Außerdem verpflichtete das Gericht den Mann, eine DNS-Probe abzugeben für den Fall, dass Beweise gefunden würden. Als die Ermittler begannen, Hughes' Vergangenheit zu untersuchen, stellten sie fest, dass er seit seiner Jugend mehrmals festgenommen worden war. Zudem missbrauchte er Alkohol und verbotene Substanzen und erregte wiederholt Verdacht durch sein unangemessenes Verhalten gegenüber jungen Personen. Darüber hinaus hatte Hughes einige Jahre vor dem Vorfall eine Bewährungsstrafe für Autodiebstahl im Nachbarbezirk erhalten. Bei genaueren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige gegen die Auflagen seiner früheren Strafe verstoßen hatte und der Richter ersetzte sie durch eine strengere. So gelang es den Ermittlern, ihn vorübergehend zu isolieren, wenn auch für ein weniger schwerwiegendes Vergehen. In den folgenden Wochen setzten die Strafverfolgungsbehörden ihre Suche fort, jedoch ohne Ergebnis. Die Aufgabe wurde dadurch erschwert, dass ein Großteil des untersuchten Gebiets von Wäldern bedeckt war und dort auch ein großer Fluss floss. Etwa zwei Monate nach dem Verschwinden nahm der Fall eine unerwartete Wendung. Ein Unbekannter rief Tammy an und behauptete, die junge Frau sei bei ihm. Er forderte 75.000 Dollar und die Frau meldete dies umgehend der Polizei. FBI-Beamte baten Tammy, den genannten Betrag mitzunehmen und sich zum vereinbarten Ort zu begeben. Sie postierten mehrere Dutzend Agenten in der Umgebung und warteten auf das Erscheinen des mutmaßlichen Täters. Bald näherten sich zwei Männer Tammy, die von den FBI-Agenten sofort festgenommen wurden. Es stellte sich heraus, dass sie nicht in den Vorfall verwickelt waren. Es waren Studenten der örtlichen Universität. Am Ende erhielten sie tatsächliche Haftstrafen. Einer wurde zu siebeneinhalb Jahren verurteilt, der andere zu fast vier Jahren Freiheitsentzug. Somit standen die Ermittler wieder vor einer Sackgasse. Sie hatten einen Verdächtigen, aber keine Beweise für seine Beteiligung, noch Informationen über Melisas Aufenthaltsort. Die Ermittler beschlossen, Hughes' Auto noch einmal mit Hilfe von FBI-Spezialisten und deren moderner Ausrüstung zu untersuchen. Es gab ein kleines Hindernis. Das Auto gehörte seiner Frau, daher war ihre Zustimmung erforderlich. Glücklicherweise gab die Frau sofort ihre Erlaubnis und die Experten machten sich an die Arbeit. Zunächst verwendeten sie eine spezielle Substanz, die Spuren von biologischem Material auf der Fußmatte unter dem Fahrersitz, den Pedalen, dem Lenkrad und der Windschutzscheibe aufdeckte. Dies verstärkte den Verdacht gegen Hughes, aber es war unmöglich, eine Probe für die Analyse zu erhalten. Dann begannen die Spezialisten nach Haaren, Gewebepartikeln und anderen möglichen Beweisen zu suchen. Sie stießen jedoch auf Schwierigkeiten. Im Auto herrschte Unordnung. Einer der Experten beschloss, mögliche Spuren manuell mit Klebeband zu sammeln. Er ging alle Oberflächen durch und schickte das Gesammelte an den FBI-Kriminaltechniker. Dieser fand viele Hundehaare, die nichts mit dem Fall zu tun hatten. Doch bald bemerkte der Experte einen anderen Haartyp, der weder zu Hunden noch zu Menschen gehörte. Bei genauerer Untersuchung stellte er fest, dass es sich um schwarz gefärbtes Kaninchenfell handelte, ähnlich dem, aus dem Melissas Mutter Jacke gefertigt war. Der Experte forderte diese Jacke von Tammy an und bestätigte die vollständige Übereinstimmung des Fells. Die Polizisten vermuteten, dass es auf Melissas Kleidung gelangt sein, könnte, als sie die Jacken holte. Oder es könnte unter anderen Umständen passiert sein, da die Frau sie im Winter immer trug und die junge Frau oft in der Nähe war. Der Spezialist entdeckte auch ein helles Haar, das mit einer Probe von Melissas Kamm übereinstimmte. Aber das war noch nicht alles. Er fand zahlreiche kleine rote und blaue Fasern auf dem Beifahrersitz des Autos. Da Melissa am Tag ihres Verschwindens einen Pullover und einen Rock in diesen Farben trug, mussten die Ermittler nun die gleichen Kleidungsmodelle zum Vergleich finden. Sie sprachen mit Melissas Großmutter, die dieses Outfit gekauft hatte, aber sie konnte sich nicht an den genauen Laden erinnern. Versuche, ähnliche Kleidungsstücke in den örtlichen Geschäften zu finden, blieben erfolglos. Der Experte, der die Fasern untersuchte, grübelte weiter darüber nach, wie er ihre Ähnlichkeit mit Melissas Kleidung feststellen könnte. Eines Abends teilte er seine Schwierigkeiten mit seiner Frau. Nachdem sie die Beschreibung gehört hatte, vermutete sie, dass solche Kleidungsstücke in der J.C. Penny-Kette verkauft werden könnten. Sie selbst hatten mehrere Kinder, daher kaufte die Frau dort oft etwas ein. Darüber hinaus bewahrte sie zu Hause Hunderte von Katalogen dieses Geschäfts aus mehreren Jahren auf. Sie begann, sie zu durchforsten. Nach einiger Zeit kam sie zu einem Katalog, der vor dem letzten Weihnachtsfest herausgegeben worden war. Auf der elften Seite sah sie ein ähnliches Outfit und zeigte es ihrem Mann. Es waren genau die Sachen, die Melissa am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Die Bundesbehörden nahmen sofort Kontakt mit dem Herstellerunternehmen auf. Aber dort erwartete sie eine unangenehme Überraschung. Dieses Kleidungsmodell wurde nicht mehr produziert. Solche Outfits wurden nur über Kataloge verkauft. Insgesamt wurden 7000 Sets vertrieben. Sie boten an, den Ermittlern die Daten aller Käufer zu übermitteln. Die Ordnungshüter begannen, diese lange Liste zu studieren. Nach einiger Zeit hatten sie Glück. Sie fanden einen Mann aus Kentucky, der dieses Outfit für eine Verwandte gekauft hatte, sich aber in der Größe geirrt hatte. Die Kleidung lag ein ganzes Jahr lang unausgepackt herum, was ideal für die Untersuchung war. Der Mann schickte ihnen dieses Set und die Experten machten sich an die Arbeit. Für dieses Set hatten die Hersteller einen eigenen Dunkelblauton mit dem Code 887 entwickelt und patentiert, der nirgendwo sonst verwendet wurde. Nach dem Vergleich der Fasern dieser Farbe kam der Experte zu dem Schluss, dass sie vollständig übereinstimmten. Somit erhielten die Ermittler die Bestätigung, dass sich jemand von den Besitzern dieser 7000 Sets im Fahrzeug des Verdächtigen befunden hatte. Obwohl dies nicht direkt auf eine Beteiligung des Mannes an dem Vorfall hinwies, war es ein gewichtiges Argument. Die Käufer der Sets lebten im ganzen Land verstreut und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes in seinem Auto hätte sein können, war äußerst gering. Zum Schluss beschloss der Experte, eine zusätzliche Überprüfung durchzuführen. Er sammelte über 100 Fasern ähnlicher Farbe von verschiedenen Kleidungstypen und führte 7983 G-Tests durch, um sie mit den Fasern aus dem Auto des Verdächtigen zu vergleichen. Die Analyse ergab, dass sich alle Proben leicht unterschieden, außer Zweien. Das Set aus dem Geschäft und die Fasern vom Beifahrersitz des Autos stimmten vollständig überein. Der Experte schloss die Möglichkeit aus, dass jemand mit ähnlicher Kleidung in Hugues Auto gewesen sein könnte. Es musste genau dieses Set gewesen sein. Trotzdem befanden sich die Ermittler in einer schwierigen Lage. Sie wussten, dass ein solches Beweisstück indirekt sein könnte, selbst in Verbindung mit anderen Funden. Aber sie hatten nichts Überzeugenderes. Und so beschlossen sie, Hughes wegen Entführung anzuklagen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war Melissa aufgrund einiger Spuren nicht mehr in der Nähe. Die Fasern ihres Anzugs auf dem Sitz und im Auto ließen vermuten, dass Hughes sie gezwungen haben könnte, ihre Oberbekleidung auszuziehen, was auf seine Absichten hindeutete. Es wurde angenommen, dass der Mann sich Melissa näherte, als sie auf Bitten ihrer Mutter die Jacken holen ging. Dann brachte er sie irgendwie in den Heizungsraum, trug sie durch das Fenster und brachte sie zu seinem Auto. Danach fuhr Hughes Melissa wahrscheinlich an einen unbekannten Ort und fügte ihr irreparablen Schaden zu, möglicherweise mit einem scharfen Gegenstand. Anschließend beseitigte er die Beweise und verwischte die Spuren seiner Handlungen. All dies dauerte mehrere Stunden, was seine lange Abwesenheit erklärte. Später versuchte der Mann, die Spuren zu verwischen, indem er das Auto und die Kleidung reinigte und auch Teile der Schuhsohlen abschnitt, die am stärksten verschmutzt waren. Abschließend beschlossen die Polizisten, einen Lügendetektortest mit ihm durchzuführen, in der Hoffnung, dass dies zusammen mit allen Beweisen Hughes endlich dazu bringen würde, die Wahrheit zu sagen. Die Schwierigkeit lag darin, dass die Gesetze des Bundesstaates es nicht erlaubten, eine Anklage wegen eines Kapitalverbrechens ohne materielle Beweise oder einen festgestellten Tatort zu erheben. Die Strafe für Entführung war deutlich milder, weshalb die Ermittler auf ein Geständnis des Verdächtigen hofften. Die Ergebnisse des Lügendetektortests zeigten, dass Hughes auf fast alle Schlüsselfragen unwahre Antworten gab, aber er beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Letztendlich mussten die Ermittler den Fall mit einer Anklage wegen Entführung an das Gericht übergeben. Der Gerichtsprozess begann zwei Jahre nach Melissas Verschwinden. Hughes' Anwalt versuchte, alle vorgelegten Beweise als Indizien anzufechten, aber die Argumente der Anklage erwiesen sich für die Geschworenen als überzeugender. Nach sieben Stunden Beratung fällten sie ein Schuldurteil und Hughes erhielt die Höchststrafe, 50 Jahre Haft. Im Gefängnis bestritt er weiterhin seine Beteiligung am Verschwinden der jungen Frau. Die Polizei unternahm Versuche, Spuren von Melissa zu finden, jedoch ohne Erfolg. Vier Jahre nach dem Prozess wurden Fragmente roter Kleidung in einem See gefunden, aber auch das führte zu keinem Durchbruch in dem Fall. Acht Jahre nach dem Vorfall gründete Melissas Mutter eine neue Familie, behielt aber ihren früheren Nachnamen bei, in der Hoffnung, dass ihre Tochter nach ihr suchen könnte. Am 2. August 2019 wurde Hughes wegen guter Führung vorzeitig entlassen, nachdem er etwas mehr als die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte. Er war 53 Jahre alt. Melissa gilt immer noch als vermisst, da die Tat nicht bewiesen wurde. Allerdings glauben nur wenige, dass sie all diese Jahre überlebt haben könnte.